Liebe Essinger Bevölkerung, aufgrund unserer unermüdlichen, langjährigen, wenige Minuten dauernden Recherche, was wohl in dem Theaterstück Karibik Ahoy von der Eulenbühne gezeigt werden wird, haben wir vor ihrem unscheinbaren, halb verfallenen kleinen Millionärshäuschen, die eventuelle Millionärin Serafine Sauer erkannt und sie mit versteckter Kamera aufgenommen. Wir wollten sie zu ihrer Rolle im besagten Theaterstück befragen, doch sie hat immer nur freundlich gelächelt, einmal noch ihrer Blumen inspiziert und dann lässig und ohne Hass mit höchster Geschwindigkeit die Flucht ergriffen. Ganz eindeutig das Verhalten eines Menschen, der auf Weltreise gehen will. Dennoch eine sehr, sehr merkwürdige Sache. Aber liebe Bewohnerinnen und Bewohner des kleinen und wohlbekannten, tapferen südpfälzischen Dorfes, wir wollen wissen, was hier abgeht und wir bleiben für sie am Ball. Fortsetzung schon in wenigen Tagen. Das wird ein schöner Luxusdampfer sein. Da muss man sein Gepäck schon von zu Hause mitschleppen. Das wird was werden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.